Hallo Juck und Klaas. Findet euch bitte um 12 Uhr im Konferenzraum eures Büros bei Florida TV ein. Alle weiteren Infos erhaltet ihr dort. Wow, der ist aber schön. Das ist schön hier, ne? Schön hergerichtet. Ja, was ist jetzt hier los? Einmal hergehört ihr Flit Piepen. Vor euch befinden sich sieben Boxen mit sieben verschiedenen Aufgaben, die siebenmal schlimmer sind als alles, was ihr euch jemals vorstellen könntet. Euer Glück? Ihr müsst diese Aufgaben nicht selber ausführen. Ihr müsst lediglich eure MitarbeiterInnen motivieren, diese Dinge für euch zu erledigen. Wie ihr sie überredet, bleibt euch überlassen. Gelingt euch das in fünf von sieben Fällen, habt ihr den Vorteil fürs Finale gewonnen. Euch bleiben drei Stunden Zeit. Viel Erfolg. Euer Herr ProSieben. Also sieben Aufgaben müssen gemacht werden, aber nicht von uns, sondern von Mitarbeitern, die wir dazu überzeugen müssen. Oder? Habe ich das richtig kapiert? Ganz genau. Ja. Macht eine Person zu MC Mittagspause und bringt sie dazu, öffentlich einen Diss-Track gegen Mittagspausenmacher vor dem Florida-Büro zu performen. Wir brauchen jetzt jemanden, den man das einfach machen kann. Jemand, der sich nicht traut abzusagen. Der uns den Gefallen tun möchte und sich praktisch moralisch verantwortlich für uns fühlt. Also Katha. Hallo. Katha, wir haben ein Problem gehabt gerade. Ihr habt ja immer viel zu tun mit Musik und mit Musikern und so weiter. Ja. Und du kannst ja eigentlich nicht in jede Branche oder Szene oder was hineindenken. Gerade im Rap-Game, oft auch durch Provokationen. Und du wärst praktisch MC Mittagspause. Und du würdest die Leute also dissen dafür, dass sie Mittagspause machen. Hier ist der Text. Du hättest also ein Mikrofon. Ne, eine Kette. Ohne Käppi. Ohne Käppi. Was? Nochmal. Ich soll das performen für die Leute, die da mir das raus machen. Genau. Bitte. Gut. Kann ich, äh, ich krieg nichts dafür. Nein. Hier ist die Mütze. Also. Voll cool, dass du das machst. Sehr gern. Hast du den Text drauf? Ähm. Hast du den Beat auch drauf? Ich kann den Beat gar nicht. Ach so, mach den mal an. Mach den mal an. Mach den mal an. Einmal kurz. Bewege mit den Beaten, beweg deinen Arsch, denn das Teichkinder weg ist Bombo. Ja, schon, komm. Nein, oh nein, oh nein. Oh Mann. Die sind alle coole Kids. Jo. Nur Frankie. Oh Mann, ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja. Jo, jo. Hört mal her. Endlich mit Pause. Das ist mein Name. Ich ficke euer Leben und ich ficke eure Arme. Ihr seid zu faul. Ich möcht mich übergeben. Wenn ihr jetzt nicht arbeitet, töd ich euer Leben. Arbeiten ist cool. Nur Opfer machen Pause. Geht wieder rein. Sonst ficke ich eure Brause. Drückt die Ziggy aus und ran an den Speck. Machst du mit aus Pause, hau ich dich weg. Und wenn ihr einer kommt und sagt, Pause ist Pflicht, geb ich der Gewerkschaft eine Box ins Gesicht. Und wenn ihr das, Das mal wieder aufhören.